Äh, wie heißt Messi? Echt oder Cristiano Ronaldo? Ich kann mich gar nicht ausdrücken, aber Zuschauer wisst, was ich meine, oder? Dybala, wieder! Dybala, genau wie Chef Strubbe. Er spielt gegen die Mannschaft, aber als Trainer sozusagen. Ramos spielt bei Real. Ja, war jetzt ein schlechtes Press hier. Ihr wisst aber, was ich insgesamt... Ödegard, hey, den hab ich heute schon mal gezogen. Ronaldinho ist aber nicht sein echter Name. Den helfen wir doch mal. Ich hab gemeint, er spielt irgendwie eine Eishockey-Mannschaft. The Rock. Ja, er ist als Dwayne The Rock-Champion. Brasilien. Noch ein Walk-Out, zwei Walk-Out, das ist ein Zeichen. Brasilien. Walk-Out. Schneid euch schon mal an. Brasilien. Noch ein Walk-Out, zwei Walk-Out, das ist ein Zeichen. Brasilien. Oh, Walk-Out. Es ist... Es ist... Es ist... Brasilien. Walk-Out. Ihr seid alles Loser. Ich geh jetzt schnell. Und ihr könnt euch mal mit euren... Brasilien. Walk-Out. Schneid euch schon mal an. Brasilien. Walk-Out. Ja, jetzt kommen wir. Wir sind erlösen. Brasilien. Walk-Out. Ihr könnt diese Spiele nicht. Brasilien. Äh... Torwart. Scheiße. U-21 oder irgendwie sowas. Linker Flügel. Real Madrid. Real Madrid. Das ist ja schon ganz gut. Dieses Land. Der war irgendwie 17. Ramos war damals 19. Jetzt zieht er einen Trainer. Und ähm... Ich feiere den. Real Madrid spielt gegen Sergio Ramos. Ja, aber viele nennt sich ja so. Wie zum Beispiel... Zieh dich warm an. Reapers. Ich zieh jetzt hier einen richtig guten Fisch. Ein Land. Äh... Ich wollte schon wieder etwas Siege sein. Gibt es nicht teuer. Sowas meine ich doch. Jetzt hast du mich verstanden. Wir sind erlöst. Wir können für heute eintraten. Keine Ahnung welches Land das ist. Ein Land. Paris. Das ist doch schon wieder Wander. Äh... Wie heißt der alte dicke Ronaldo mit echten Namen? Brasilien. Noch ein Walkout. Zwei Walkouts miteinander. Das ist ein Zeichen. Brasilien. Walkouts. Schneid euch schon mal an. Brasilien. Noch ein Walkout. Zwei Walkouts miteinander. Das ist ein Zeichen. Brasilien. Ohn Walkout. Es ist es. Es ist es. Es ist... Brasilien. Walkouts. Ihr seid alles Loser. Ich geh jetzt steil. Brasilien. Walkouts. Schneid euch schon mal an. Ja jetzt. Wir sind erlöst. Wir sind erlöst. Wir könnten für heute einfahrten. Keine Ahnung welches Land das ist. Ohn Walkout. Es ist... Es ist... Brasilien. Walkout. Scheiß auf politische Themen. Wenn man Walkouts zieht. Brasilien. Digga, wollt ihr mich verarschen? Brasilien. Wieder Walkout. Wieder once to watch. Brasilien. Walkout. Hast du das Schluck Spanien? Brasilien. Walkout. Jetzt ist es soweit. Halsmaul. Brasilien. Walkouts. Schneid euch schon mal an. Brasilien. 22 Minuten nur geöffnet. Land. Brasilien. 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 Brasilien.